Mit Hilfe dieser Folge könnt ihr folgendes Outfit erhalten. So hier der Dino Kopf, also Hut, das Dino Hemdoberteil und das Dino Unterteil, also Hose. So sieht das Dino Outfit dann angelegt aus, das T-Rex Knochen Outfit. Das erwartet euch, wenn ihr jetzt dran bleibt, dann könnt ihr sehen, wie ihr dieses Outfit erhalten könnt. Wohin geht's? Da piepst schon! Piepst schon! Piepst noch mehr! Piepst noch mehr! Das ist was vom Dino, gell? Ja! Das mag ich da abgeben. Von dem großen Dino, wo man alle Teile von den Lochen unverständlich muss. Will ich fahren, oder du? Ja, warte! Guck mal, der hängt da fest! Oh mein Gott! Jetzt! Was will ich denn nehmen? Mhm! Dann fass! Du davor! Du davor! Ja! Du davor! Ja! 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 Ach! Ja, okay, aber das sah aus, als wäre es aus dem Bild geflogen. Hätte mich auch nicht gewundert. So, jetzt haben wir hier das Gebiss. Und das geben wir jetzt mal ob am besten, oder? Auf so ein Museo, gell? Ja. Und nicht in ein Geil. Und wir geben mal was schön ab. Nur ist das andere? Nur ist das andere? Naja, ist okay. So, ein Artefakt. Ein weiteres für den Dino. Ein Schädelfragment für den Wobblisaurus Rex. Und hier, das gehört zu einem anderen Set. Sehr gut, ja, wir haben das noch nicht. Das ist dieses Fossilien-Set. Dieses Nautilus-Set. Wie ist das? Gubi, ich will dir. Gubi. Was ist das jetzt für ein Teil? Wir haben ja ein Artefakt vom Dinosaurier, ist das, oder? Ja, damit haben wir ein Dinosaurier teilgefunden, das geben wir auch gleich ab. Also das lasse ich jetzt hier nicht irgendwie. Das ist das, oder? Ja. 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 Schön, sauber. Sehr gut. Was für ein großartiges Artefakt in so einer guten Verfassung. Damit haben wir drei von vier. Items. Für den T-Rex. Damit haben wir dieses Teil. Ich bin der T-Rex. 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 Ja, das sieht doch aus wie das letzte Teil für das Dino-Skelett, das uns dann das Exoskelett freischaltet. Ich bin der T-Rex. Knochen für den Wobblisaurus Rex. Damit haben wir vier von vier. Das war der letzte. Und damit haben wir das Skelett wieder perfekt zusammen. Und damit haben wir das T-Rex Bone Kostüm freigeschaltet. Und ich zeige euch noch kurz, wie das Outfit dann angelegt aussieht. Und dafür ab zum Schwimmbad. Dort haben wir ja Umkleiden. So, hier der Dino-Kopf. Also Hut, das Dino-Hemd-Oberteil und das Dino-Unterteil, also Hose. So, und so sieht das Dino-Outfit dann angelegt aus. Das T-Rex Knochen-Outfit. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst noch ein Like und ein Abo da. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.